Das große Geschäft hat sich zuletzt in Dresden gemacht, deswegen sind wir interessiert daran, dass sie jetzt langsam den beiden Hund holt oder weh? Na, 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 na. So, weh jetzt. Die Ältone. Was sagst du mal? Kayoka. Kayoka. Wie heißt aber Kayoka? Kayoka. Rein theoretischerweise hätte ich auch mit Sprache recht bei mir.